Ah, Toilettenpapier, wie fein! Hm, Toilettenpapier. So Jürgen, ja? Nun sage uns, was war das Erste, was du mit Marion zusammen erlebt hast? Ich bin in die Klasse gegangen und ich wusste überhaupt nicht, was ich da machen sollte. Und dann habe ich sie angequatscht und sie war so nett. Sie hat irgendwas gesagt, ich weiß nicht mehr, weil es so lange daher ist, aber faszinierend. Und sie war einfach nett zu mir. Okay, Frage 2. Was denkst du, macht Marion jetzt in diesem Moment, wo wir gerade dieses Interview führen? Ich hoffe doch, Feierabend, ne? Richtig auf Putzau, yeah! Auf der Toilette sitzen wirst du ja auch nicht. Okay, und die letzte Frage ist, welches Filmzitat würdest du Marion am ehesten zuschreiben? Kommst du heute, kommst du morgen? Okay. Tschüss! Arnie, immer abwechselnd? So, liebe Steffi. Ach, das ist ja schön. Es ist bequem. Geht. Bitte! Das bequemste Klo in ganz Hamburg. Das stimmt. So, ganz einfach. Was ist das Erste, was du mit Marion erlebt hast? Oh Gott, was habe ich denn mit Marion als erstes erlebt? Lass dir Zeit nicht schneiden lassen. Nein, braucht ihr nicht. Ich glaube, ich weiß, wir waren, wenn ich das richtig habe, mit Mandy und Schnuss essen mit Max und Co. Ich weiß nicht, ob Marion dabei war, aber ich glaube, das war das allererste Mal, wo ich Marion getroffen habe. Und was denkst du, Marion, gerade während wir dieses Interview führen? Jetzt gerade? Wir haben 5 vor 11, Freitagabend. Party und Piste. So, letzte Frage und du wirst entlassen? Das geht doch mal schnell, ja. Welches Filmzitat verbindest du mit Marion am ehesten? Filmzitat, das ist eine geile Frage. Mal wie mal ein Film. Yippie-yay-Schweine-Böcker. Warst du das? Ja, super. So, Melli. Ja. Nun sind wir in der Entschiebel-Fragerunde zu Marions Leben. Oh Gott. Erzähle uns, was ist das Erste, was du mit Marion erlebt hast? Grillen, glaube ich, bei ihr in der Wohnung auf dem Balkon. Okay. War sehr schön. Und was, denkst du, macht Marion jetzt in diesem Moment, wo wir dieses Interview führen? Bier trinken und grillen auf dem Balkon? Scheiße. Okay. Und welches Filmzitat würdest du Marion am ehesten zuschreiben? Filmzitat? Schaut sie in die Kamera. Achso, ich muss da auch noch eben schauen. Wir schneiden das alles. Ich hab schon den anderen gesagt. Okay. Ja, mir fällt irgendwie kein Filmzitat ein. Sonst irgendwie ein anderer Spruch oder irgendwas, wo du denkst, so, das könnte zu Marion passen? Nee, fällt nicht, sorry. Das ist auch eine schwierige Frage. Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Na ja. Ja, aber trotzdem, so gut. Ja. Jetzt hätte ich noch eine Ersatzfrage. Ja. Du hast bestimmt schon einige Filme gesehen in der Vergangenheit. Welche Darstellerin in einem Film kommt der Marion am nächsten? Kannst du das vielleicht beantworten? Welche Darstellerin? Vielleicht hast du einen Lieblingsfilm? Naja, ich finde, irgendwie hat sie ein bisschen was von Trinitiv aus Matrix. Ja, das war echt gut. Ja, dann? Naja, als Scherpler-Film. Muss ich hier jetzt mal drücken? Nee, wir wollen ein bisschen wasser sparen. Genau. Offen lassen, den Deckel. Offen? Den Deckel offen lassen? Ja, das ist der authentische Ausgang. Drücken wir die Hose auf, runterziehen sie. Ja, zieh dir mal die Hose runter und zeig mal dein Schmiedi. Ja, für Marion. Bei Marion findet ihr den bestimmt gut. Mach doch mal. Mensch, die würde so gern mal. Das schneiden wir auf jeden Fall raus. Hallo? So, nur die ernsthaften Fragen. So, es geht auch schon los mit der lustigen Fragerunde. Drei Fragen stehen hier. Die erste ist, was ist das erste, was du mit Marion erlebt hast? Ja, das war ja bei, ich glaube, bei EFG's Einmalungsparty. Da hatten sie mir, glaube ich, ein halbes Bier auf mein Hemd gekippt. Das war das erste, was sie gemacht hat. Hallo, Marion. Ich müsste uns mal ganz dringend aufklauen. Später. Gibt's hier nicht. Frage zwei. Muss ich in die Kamera kommen? Nee, schau ruhig Marion, äh, Mandy an, wollte ich sagen. So, schau ruhig in mein Dekolleté. Okay. Das darf aber Christian nicht erfahren. Es bleibt alles in der Seite. Ich kenne dir auch ein paar authentische Geräusche nochmal. Ja, bitte, wo sind die? Mit deinen Achseln? Ja, bitte. Also, was denkst du denn, macht Marion, jetzt gerade in diesem Moment, wo wir dieses Interview führen? An diesem Freitagabend? Ja, ich hab da ja Gerüchte gehört. Wenn die Gerüchte stimmen, dann passt meine These nicht. Ansonsten würdest du gleich ein Bierchen trinken. Aha, ein Bierchen trinken, okay. Letzte Frage. Schwierig, wie sich herausgestellt hat. Welches Filmzitat verbindest du am ehesten mit der Marion? Oh, da muss ich total passen, weil ich mir keine Filmzitate merken kann. Ist das jetzt ein Filmzitat? Nein. Okay. Ähm, gut. Trotzdem, unsere Ersatzfrage vielleicht. Würde ich sagen, ja. Welche Darstellerin in einem Film würdest du am ehesten mit der Marion verbinden? Ah, Filme. Vielleicht irgendwas. Ja, welche Fußballspielerin würde Marion am ehesten? Auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, Sascha raus. Ja, ich bin raus. Ja, dann ist irgendwas raus. Möchtest du jetzt noch auf die Toilette gehen? Ach, ich mach mal kurz auf Pause. Ich halte es ein bisschen. Ja, alles klar. Nur bis Ende. Und Action. Wo guck ich denn hin? Nicht in die Kamera gucken. Wir machen hier nämlich einen ernsthaften Film. Ja, also du kannst die Marion angucken oder die Interview mit Mandy. Oder Interview an. Nein, ich bin kein... Oder du kannst in die Luft gucken, wie Hans guckt in die Luft. Ganz kacken, wie willst du. Pass auf. Sehr bequem. Erste Frage. Und zwar, was ist das Erste, was du mit Marion erlebt hast? Kiet. Frage 2. Was denkst du macht Marion jetzt, gerade in diesem Moment, wo wir dieses Interview führen? Freitag, 23 Uhr. Ich glaube, sie macht die Gegend unsicher. Und denkt dabei an uns? Hallo Marion! Und Frage 3 ist, welches Filmzitat würdest du am ehesten Marion zuschreiben? Das Singing in the Rain, das Singing in the Rain. Gute Laune, egal ob es regnet. Ja, super. Ja, cool, danke. Super, normal. Ja, 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 hier, ne? So, genau. So, lieber Arsch. Ja, Frage 1. Was ist das Erste, was du mit Marion erlebt hast? Also, die erste Erinnerung an Marion, ich glaube, da hat sie sich gerade in die Finger geschnitten bei der Schneidematte. Da ist sie vom Lineal abgerutscht und es hat ganz geblutet und der ganze Fußboden war knallrot. Frage Nummer 2. Was denkst du, macht Marion gerade in diesem Moment, wo wir dieses Interview führen? Ich glaube, sie hört gar nicht zu. Achso, jetzt führen? Ich dachte, wer sie sieht. Nee, also jetzt gerade. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, sie schläft schon. Das ist ja so langweilig da, wo sie jetzt wohnen. Sehr schön, gute Antwort. Fangen wir mal rein. Königsdisziplin. Welches Filmzitat verbindest du am ehesten mit Marion? Ja. Danke. Ja. Danke. Gut. Abschütteln. Alles Gute, Marion.